Bahnt sich gerade die Formel 1 Sensation für 2025 an, obwohl die Saison 2024 noch gar nicht begonnen hat? Nach Informationen von Formel1.de befinden sich Lewis Hamilton und Ferrari in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen Wechsel des siebenmaligen Weltmeisters zur Saison 2025. Sky Sports F1 in Großbritannien vermeldet den Sensationstransfer inzwischen sogar schon als vollzogen. Schon in den vergangenen Jahren gab es häufiger Annäherungen zwischen dem italienischen Traditionsrennstall in Person des Ferrari-Vorsitzenden John Elkin und Hamilton. Allerdings hat Hamilton nie einen Hehl um die Faszination des Teams und der Marke gemacht. Jetzt offenbar die Wende. Hamilton, der im vergangenen Jahr noch seinen Mercedes-Vertrag für die Saisons 2024 und 2025 verlängert hatte, könnte bereits ein Jahr vor Vertragsende den Arbeitgeber wechseln, vermutlich aufgrund einer Ausstiegsklausel. Weder Mercedes noch Ferrari kommentieren diese Meldung offiziell und laut Informationen aus dem Rechercheverbund vom Motorsport Network könnte es bereits Ende dieser Woche zu einer Unterschrift des 39-Jährigen in Maranello kommen. Das würde auch bedeuten, dass Carlos Sainz zum Ende der Saison 2024 Ferrari verlassen muss und Mercedes für die Saison 2025 gezwungen sein wird, einen Nachfolger für Hamilton zu finden. Hamilton selbst hat seit seinem Einstieg in die Formel 1 noch kein Auto ohne Mercedes-Stern bewegt. Von 2007 bis 2012 fuhr er für McLaren Mercedes, wurde 2008 erstmals Formel 1 Weltmeister. Seit 2012 ist er Teil des Mercedes-Werksteams und sicherte sich sechs weitere Titel. Sein letzter Sieg aber liegt schon lange zurück. Saudi-Arabien 2021. Das vorletzte Rennen der wohl verrücktesten Formel 1-Saison aller Zeiten. Was denkt ihr? Wären Hamilton und Ferrari ein Match made in heaven? Und was bedeutet diese Entwicklung für Charles Leclerc, der seinen Vertrag vergangene Woche noch für mehrere Jahre verlängert hatte? Schreibt es uns in die Kommentare.